Time to die Carlito! Hallo und herzlich willkommen hier zurück zu GTA San Andreas. Hi hi! Hey, hey hey! It's worth it, the time! Ja, äh, Rosini hat mich ja hier unten ein bisschen im, im, im Scheiß stehen lassen. Ja, ist einer unten, lass den, der kommt nicht drauf. GTIK, Carlito! Hey, you need a hole put in, Juan! I'm gonna finish this! Nein, hier schreit immer noch jemand. was geht es da rein ja ja herz aber jetzt so ein stück rüstung wäre jetzt eigentlich auch ganz ganz zauber da ist noch eine türe gewesen dann eben dann geh zurück da war noch ein nein da drüben das das aber bisher durch hast du mal bis los ja 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 Tori G Hey, was ist das hier? Der läuft aus! Der hat seine Tage. Ne, und jetzt gucken wir mal. Jetzt habe ich einfach mal auf Verdacht geschossen. Du kannst auch die Schrotflinte nehmen. Und dann siehst du genau, bleibt sie offen. Also sie geht dann schon wieder zuarbeiten. Ah, Schrot. Was draufschießen, oder was? Ja, dann geht es dann nämlich auch. Oh, der hat auch eine! Weg! Rüstung weg! Fick dich, ey! Der hat doch noch die Triaden an, aber nein! Scheiße! Lässt du mich rollen, oder was? Fuck, ey. Ey, guckst du mal mein Live an? Ja, ich weiß, Alter, das ist nur die Schrotflinte. Scharfschützengewehr. Boah! Scharfschützengewehr. Oh, alter Schwede. Es tut mir leid, aber... Ich mach so, was ja ungern Frauen erschießen. Aber manchmal lässt sich sie einfach nicht vermeiden. Die war jetzt gerade so ein bisschen im Weg. Und so wie hier ja eh alle immer durchschauen momentan. Machen wir lieber alles weg, oder? Ja, du musst durch diese Tür. Ja, das ist mir schon klar. Aber lass mich da erstmal alles bisschen... Da erkunden, oder? Hm. Hä? Ja. Ich stürm nämlich in Rauben eigentlich nie, so wie du. Und lass mich da niedermähen. Nein. Ne, bei dir kommt's. Nein! Nein, 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 nein! Das ist Rumgetüre, ey. Boah! Boah! Bitte, da muss jetzt ein Herz sein, weil... zu Big Smoke überlebst du nicht. Was ist das für eine Statue? Statue hätte. Sie ist schon nicht rotführend. Shit! Da kannst du nichts machen. Oh mein Gott! Nein! Nein! Ja! Das ist voll übel, Alter! Ähm... Hast du... Nein, muss ich das kaufen, ne? Wie machen wir das mit diesen beschissenen Türen? Siehst du das, Bitch? Rucksackbombe! So, wo war jetzt hier der Einkaufsladen? Äh... Zwei Straßenlader und... Hast du markiert? Ja. Äh... Rucksackbombe! Äh... 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 Das ist sowas von voll übel, ey. So krank! Äh... Äh... Auch um der Ecke scheiße! Hallo? Wo ist jetzt der... Wo ist jetzt der Scheißladen? Bin ich blöd? Bin ich blöd? Auf der anderen... Äh... Meine... Fresse, ey! Äh... 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 Willst du mich hier verkaspern oder was? Da brennt alles! Und wieso... Äh... Warum... Warum bin ich da jetzt dran schuld? Wieso krieg ich jetzt zwei Sterne? Hä? Äh... All virtually legal and above board. As is still. Check out our selection of flamethrowers! We've got a special on hand grenades! And if you're too fat and low to throw them, check out our grenade launchers! Pop it in! Pull the trigger! And boom! You've blown a hole or something! If the cops ask, you didn't get it here, okay? Take it, hold it. Love it. Buy 10 guns and your next one is on us! Thanks for visiting Amunation! Hope you kick some ass! Ja... Ha... Ch... Hrgh Hrgh... 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 Aaa... Hrgh... Ihr seid... OH MAN! That is du nicht normal hier! Hrgh... Hrgh... Ich kauhe Auto jetzt. Wenn du stirbst darfst, bin ich nicht mehr alleine. Es hat mich wirklich safe drin. Alle 7 Minuten. Ey, hallo! Äh, was? Es hat Quick Save... Alle 7 Minuten. Ja. Ähm. Äh. Äh, ja. Ja. Übrigens, man könnte sich die Mission auch extrem erleichtern. Hm. Hm. Ah. Ah. Was? Was? Bürgerwehr, Mission. Bürgerwehr, ja. So, this is it, huh? Johnson-Boys, sorting shit out. Nervous? Yeah. Me too. Me too. Hm. Super. Ich versuche das jetzt erstmal so durchzuziehen, irgendwie. Irgendwie. So. Schnauze. Schnauze. Schmiem jetzt den Obergangster. Ich tu zumindest so. Na komm. Na komm. Schmeerves extraas. Ich helfe nach vorne' die AnsEche. Wenn die Gäste Platz nicht hinzu 않았est, was da was eröglicht, Ich spritz euch alle nass. Ich bespritze dich. Ich hab die Frau gespritzt. Können die davon sterben? Nein. Ich spritz euch. Ich spritz euch. Ein kleines Stück Scheiße. Wieso gehst du nicht kaputt? Ich spritz euch nicht kaputt. Ich spritz euch nicht kaputt. Ich spritz euch nicht kaputt. Also bei der Penthouse Suite oben hat es dann zwei Herzen im Badezimmer. Und die Türen soll man als Deckung nutzen und nicht als aufschießen. Du gehst mit einer Türe rein und dann geht die auf und so kannst du... Ich spritz euch nicht kaputt. Du hast dann einen Speicherpunkt, nach Smokes, nach Smokes, ähm, ja, wenn du den Smoke umgebracht hast, hast du einen Speicherpunkt. Ja, die Mission geht dann nicht mehr. Ich denke, der macht alle sieben Minuten Quicksafe. Nein. Hast du doch gerade gesagt? Nach gewissen Abständen, ja, es stand circa alle sieben Minuten, du brauchst sieben Minuten bis du Smoked bist, dann, naja. Den hab ich aber mit einem Schuss gekriegt jetzt. Ja, das war ein Kopfschuss. Und warum hast du keiner gemacht? Das ist nur so eine Frage. Bahlabahm Bahnaabahm He la de ue-da Di da di da Machentier off Oh Was ist das denn genau so? Nein. Wo hat's noch? Wo? Von wo? Da! Ah! Der andere ist weg? Ja. Sehr schön. So. Quicksave. Gibt's nicht. Noch nicht. Der andere ist weg? Der andere? Ja, da hat er immer hier noch so'n... Leichtgerinn hast du vorhin erledigt. Da ist noch einer. Ich werde jetzt mal ein bisschen weniger quatschen hier. Mhm. Weil ich würde mich wirklich gern ein bisschen konzentrieren. Ne? Ja. Nur so. Nur so. Just for information. Wir stehen schon besser da als vorhin. Es kommt immer besser. Mhm. Also wenn du verrägst, ja, ab dem Speicherpunkt nicht mehr neu laden. ja. Also es liegt ja daran, dass ich erstens weiß, wo das ganze Getrommel jetzt rumspringt, ne? Mhm. Müsst du dir das Herz nicht holen? Nein, noch nicht. Stoffwerkpleil. Äh. Zwei mein ich. Ja, ja. Ich hab die Scheiß-Tür nicht aufgekriegt. So, die Nacke da ist. Nacke da ist. Soll ich dir mal was sagen? Was denn? Ich hätte gern mehr Munition für das Scharfschützengewehr. Ja komm. Da, aufs Fass, aufs Fass schießen. Ja, warte, ich hab da erstmal noch ne Kniescheibe. Da vorne ist noch ein Fass. Wieso lebt jetzt der noch? Ja, ich hab da. Fass du? Aha. we are friends in the government schnauze colombiano keep away from the product man schnauze du dämliches Stück scheiße ein Schuss hast du hm leider vergeude dir nicht ach ach hast du Sperrfeuer ey alter ich hab dir ach ne das ist ein anderer so und jetzt muss ich den kleinen Pisskopf dort oben noch kriegen wo Pisskopf super super ey ich hab dann draußen noch ein Herz und eine Rüstung rumliegen ja das ist super musst du dann wieder runter marschieren wenn es brenzelt wird ja einmal da rumrennen ja ich vor uns sind sie ja noch reingekommen ja die Deckung dann erwischen sie dich nicht oh 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 waren das nur die zwei ist das nämlich vor Caspern es ist ja noch mehr vorhin ja ja bei dir sinds immer mehr ne ja ja bei dir sinds immer mehr ne ja die Zeit ist leider rum und ich müsste die Folge jetzt auch beenden sonst schneit es kein Problem wenn du so gut dran bist sind Splitte einfach ja soll ich Doppelfolge machen ja mach Doppelfolge ok gut äh ich verabschiede mich für diese Folge und ich werde dann die nächste Folge auch noch übernehmen ähm wir sehen uns ciao 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 ciao